Musik So, willkommen zurück. War eine neue Folge, Nico. Hast du Brüssel nach Calais? Ich hab Brüssel nach Lille, Brüssel nach Paris und Brüssel nach Duyens. Dann kannst du Brüssel nach Lille nehmen. Hast du auch Brüssel-Lille? Ja. Genau dieselbe Brüssel-Lille. Ja. Jetzt ehrlich? Ja. Was ist das für eine Frage bei dir? Äh, Fertig-Hauswände. Bei mir ist das ein Belüftungsdroh. Also Brüssel, Lille. Wir fahren jetzt zusammen nach Brüssel, ne? Ja. Gut, als Navi-Ziel einstellen muss ich jetzt, ne? Ja. Gut, weil eben hatte ich da... Äh, 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 hallo, hallo, ne, was hast du denn jetzt hier gemacht in der Zwischenzeit? Park, der sich, äh, der Sack, äh, hallo. Mein... Nein, nein, Nico. Warte, wir müssen hier wenden, ne? Wir müssen hier vorne nach Lille nehmen. Darf ich eventuell vorfahren? Ja, warte, dann überhol mich gleich. Wie überholen bin ich nicht gut, musst du wissen. Scheiße. Anfahren hier an so einem Hang, ey. Das ist genau das... Du bist doch bekloppt, alter. Ja, Tim, äh, Festschnellbremse. Wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ja, ne, ne, die war nicht, die war nicht aktiv, meine ich. Ach, Tim, ich wünsche mir, worum ich gesagt habe, ich wünsche mir übrigens mal was für dein Omsi jetzt. Play, fahr mal mit dem Schaltwagen. Da ist, da ist der jetzt... Welcher ist denn rauszukommen? Also, einmal der UL, der ist auch ganz gut, der basiert auf den U3-307. Jetzt frage ich nochmal ganz kurz, ähm, wie kann, äh, unter welchen Einstellungen kann ich nochmal um sich einstellen, welche Gänge ich habe? Ich habe damit nichts gefunden, erster Gang, zweiter Gang. Du musst da, da ist doch so, erster Gang, nur solange aktiv musst du nochmal machen. Können wir gleich nochmal kurz zusammen machen, ja? Ja, können wir machen. Würde ich dann nämlich echt gerne mal machen. Nicht, dass du denkst, ich, ich, äh, stelle mich doof, ne, damit ich es nicht machen muss. Du rollst gerade übrigens zurück. Im dynamischen Spiegel kann ich sehen, dass du immer näher kommst. Ach ja. Das heißt, wir müssen jetzt noch 300 Kilometer bis Brüssel fahren, ne? Mhm. Oder, oder bis wohin ist das die Distanz? Ja, bis nach Brüssel. Und dann 100 Kilometer, also denk mir, passt, oder? Mhm. Zieh mal grad vorbei. Okay. Du bist ja echt heute sehr nett. Ja, Dimmel! Wieso? Ja, fahr! Boah, dein Horn, ey, da dröhnt er so, dass du durch die Laufensprecher, das ist echt... Ja, natürlich, okay, jetzt hat er gehört, es dröhnt, dann macht er... Ja! Du kannst dich einfach wieder hier rüberziehen, ey, ich war noch hinter dir. Du, ich habe aber im Rückspiel gesehen, da war noch eine Menge Platz eigentlich. Ja, das ist doch der Bug! Ja, das habe ich ja gut, äh, gut. Also, dann sage ich ab sofort, Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ja, oder? Ja, der Lastkraftwagen möchte nun auf die rechte Spur ziehen. La, 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 la. Nico, ne? Wurde doch wieder ganz knapp, ich habe schon wieder genannt, ich hätte auch schlafen. War schon wieder um 10 nach 12, 8, 10 nach 11 aufgestanden. Wann heute? Ja. Wie kann man denn so lange schlafen? Ja, das ist ja, ich bin gestern aber auch um 10 nach 12 ins Bett gegangen. Ich bin um gestern, bin ich um halb zwei ins Bett gegangen, heute um 7 Uhr aufgestanden. Weißt du, ich sage mir immer, ich muss die Fähre nutzen. Omsi-Spielen kann ich in der Schulzeit selten, deswegen stehe ich morgens früh auf, um den ganzen Tag dafür zu haben. Also nicht den ganzen dabei, um halt mehr Zeit generell für sowas zu haben. Wo hast du eine Mega-Kugel-Map rausgegangen? Darauf kannst du ja fahren. Baumgarten. Baumgarten? Omsi-Map? Hm. Muss ich gleich mal gucken. Tim, hast du deine Geräte? Oh, nee, das war meine. Die ist super. Ja. Ja, und dann mit dem Schaltwagen. Jo, das ist genau meine Herausforderung. Aber ich fände es besser, wenn du dann mit dem Neoplan, mit dem Reisebus Neoplan langfahren würdest. Wieso passt das? Ja, der ist viel größer. Ach, die Map ist also schön eng, oder was? Nein, nein, das ist eine Stadt-Map. Ach so. Ja, muss ich echt mal gucken, das ist auf jeden Fall, äh, mal ganz interessant. Baumgarten, allein der Name sagt mir schon, das wird eine geile Map sein. Alter, du bist irgendwie so ein bisschen Angaben-Simulator. Sch, sch, kennst du, hallo? Ja, was ist denn? Hier ist 50, lieber Nico. Ich fährst nur so lahm. Wie, und ich dachte schon mal, ich bin hier in Rasa und dann hier du fährst mal so, hüpp, hallo? Ja, ja. Oh, da kommt einer angeschossen hier, ey, was ist denn hier für ein Idiot? Boah, geil, geil, guck mal, boah, wie geil aus, wie das kann nicht auch mal sein, wie geil aus. Boah, du musst ja echt geil weggegriffen, du hast, das war eine Abkürzung, das Fliegen, ne? Das ist wahrscheinlich weniger verbrauchten Netzwerke, ich bin jetzt genau hinter dir. Ja, gut, das war vor. Meine Frage, da, was du da hinten am LKW dran hast, ist das so ein Zeichen, oder ist das ein Riss in deine, in deinem, in deinem Fahrradkabine durch den Unfall? Das sind so ein Zeichen. Ach so. Aber weißt du, solche Leute, solche Hassig, irgendwie? Ja, wie der geklappt, gefahren ist, ey. Wie kann man... Ich hab' ja 4,20% Schaden, danke, ey. Ja, das schöne ist, da kostet noch mal schön Geld, ne? Wir wollen mal keine Beschleunungstelle machen. Hier? Ja. Oder das auch wenn auf der Autobahn machen. Da ganz auf der Autobahn gleich Beschleunungstelle. Ja, das ist gerade, aber noch keiner da ist noch, ich denke, wie so ein Geisteskrank. Hinter und hinter die steht einer, ne? Der Floppy steht da gut. Boah, ich hab' echt Angst, wenn ich... Nico, Nico, hallo, wenn gleich grün ist, ich kippe Vollgas, ich hab' echt Angst, dass der mit in den Reihen fährt. Wie in so einem Hock... Es gibt da so einen Film, ich weiß nicht, wie der heißt, da ist so ein Mann, der fährt in seinem LKW den Leuten auf, ne? Sodass den Unfall bauen und dann kackt der den Kopf und alles ab. Ach, Jeepers, Creepers. Ich weiß nicht, wie er ist, aber das erinnert mich gerade so irre daran, ne? Deswegen hab' ich gerade auch so ein bisschen Panik und sag' mir, jetzt muss ich hier weg. So, jetzt. It's time to go. Wie, 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 was macht der denn hier, wie der hier stand? Alter, ich hab' mich da voll nicht reingeprennt, weil du mir in den Fall ankamst. Ach, Mann. Wenn ich auf der Straße fahr, Mensch. Da vorne ist ne Autobahn, Tim, wir haben gleich zur Schleitung, ey. Pass auf, äh, wenn ihr gleich keine... Pass auf, fahr' erst mal auf, ja? Ja, ja. Da wird aber keiner sein, das sag' ich dir jetzt schon. Ja, wobei das ist natürlich nur eine irregroße Map, auf die sich die ganzen Leute verteilen, muss man sagen, ne? Was hast du nen Krampf? Ich hab' wieder mein Geschichtslehrer nachgemacht. Den Namen möchten wir jetzt aber ja an dieser Stelle nicht nennen, ne? Ich freu' mich wieder auf Ostern, ey. Ja, was soll das auf den Mann im, äh, an Ostern, ne? Ja. Ja, komm, ne, äh... Äh, irgendwo... Wo ist denn mal richtig gerade? Auf der Brücke, da. Ne, jetzt glaubt mein Ding ist schon wieder nicht hier. Nico. Na? Hier? Ach, ach, Nico! Ja, das ist aber wieder diese Scheiße, da, Tim. Okay, das hier machen, das hier machen. Oh Gott. Ja, 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 scheiße! Tim, machen. Und dann bist du um die Kurve da rum, ne? Ja. Wollt euch, dann stellen wir uns auf gleiche Höhe. Guck mal, wo ist die Vogelperspektive? Ah, kann ich jetzt schon die Sirene direkt hier sehen? Ist das nicht toll? Ne, Moment, ich muss noch ein Stück zurücksetzen. So, jetzt sind wir ungefähr auf gleicher Höhe. Ah, wir gehen. Meinst du nicht? Jetzt sind wir auf gleicher Höhe. Jetzt. Hör mal auf. Okay. Okay, bist du bereit? Nico? Ja, ja, ja! Ja, gib du Countdown. Okay, drei, zwei, eins, go! Ah, Mann! Warte mal, ich komme aber gleich noch richtig. Ich glaube, als habe ich noch verschaltet. Ich bin wieder, hier kommt einer! Gut, habe ich jetzt zwei Gründe hier wegzurasen. Aber wieso ist der eine denn in der Beschleunigung schneller? Leider nur ein paar PS mehr. Jetzt sagt Blut, ich muss ja wenigstens noch manuell schalten. Was ist das? Wie solltest du denn jetzt an da? Ach du, Alter, an dem Achtung liegt der, hier kommt einer angerauscht! Nein, 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 dem bleibt doch auf der Spur! Mensch! Ich habe Angst, ich habe Angst! Ach du, das stimmt, einer! Sie sind so ein Amok-Fahrer! Wenn der gleich in mich reinzieht, auf einmal, ich mache eine Vollbremsung dann. Okay, dann... Warum, warum... Es ist halt beide so lahm, ey, es gibt doch gar nicht! Und kann ich immer fragen, wo du die Ständigkeit herst? Nicht, dass du das gemordet hättest, ne? Jetzt fällt der Nico hier weg, ey! Mann, Mann, Mann! Hallo, so wie fährt der denn? Wei, 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 wei! Ja, aber ich darf jetzt mal ehrlich fragen, wieso bist du gerade so schnell? Ja, ich bin gerade so, ich bin halt sehr schnell. Ist normal, ist ein ganz natürlicher Prozess. Ja. Ah. Kommst du langsamer? Ja, Achtung, die Spur hört auf. Achtung, der Lastkraftwagen zieht auf deine Spur. Ja, komm, fahr vorbei. Soll ich vorfahren? Ja. Wie schnell wollen wir, 90? Komm, wir machen. Geh am schnellsten, weil... Aber wie fährst du denn? Hä? Wie? Ja, du musst ja wieder da voll in die Karre reingebrummt. Oh. Ähm! Dann halten wir noch was immer ein bisschen mehr Abstand jetzt, ja? Wir fangen einfach auf die anderen Spuren. Nebeneinander. Ja. Und so besoffen wie ich immer zwischen Spuren und Herzwiefreiter noch irgendwie seitlich da noch rein. Fahr mal auf, fahr mal auf die rechtlich Verlinks. Dann 90 rein, ne? Genau 90, ja, pff. Musst du tanken? Ne. Ich müsste... Mein Tank ist noch, ja, dreiviertel voll. Wobei die gehen immer, finde ich, besonders bei sowas hier immer ziemlich schnell leer. Was hast du für ein Verbrauch jetzt? Warte, ich kann grad nicht gucken, weil er bei mir steht, Werkstatt aufsinken. Ach, zum Beispiel war übrigens am Erzählen, dass ich halt so früh, dass ich halt so spät aufgestellt bin. Aber jetzt, hier, sitzt ich jetzt auch noch im Schlafanzug. Ehrlich? Was ich hab immer so ne Angewohne, ist es teilweise durch das Haus die Verlasse noch bis abends im Schlafanzug. Und? Weil er lässt sich einfach besser, wenn man vorm Computer sitzt, der ist einfach bequemer, oder? Ja, hier rüber, Achtung, jetzt Bremser, bitte nicht, ich hab Gas. Ne, wenn ich Bremse, sag ich dir Bescheid. Da steh ich im vier Vollen Heck drin. Aber das, der Horror, das Horror, der Horror wäre jetzt echt, wenn jetzt irgendein Idiot kommt und gegen unsere Fahrbahn fährt, ne? So, so ein Geisterfahrer. Geisterfahrer, wow. Hast du das schon mal mitbekommen? Ja. Also ich mein, jetzt, bei ETS, wo kommen die alle her? Die fahren auch einen Konvoi, oder? Die haben einen etwas größeren Konvoi. Da kommt hier noch einer an. Oh Gott, Mensch. Da kommt noch einer. Mann, der, nachher das schlimme ist, ich muss immer mit Beinfängern, dass er dich drücken. Ich muss immer genau hingucken, auf die Taste, die ich drücke, aber sonst rückwärts auf eine falsche Taste. Zunächst wird dir der LKW. Ja, nicht so, schau, der Sitze sind dann auf einmal, lande ich dann noch auf deinem Dach da drauf. Tipp, du hast kapiert, nicht angekündigt, ne? Ja, gut, aber, konnte man ja halbwegs nachvollziehen, dass ich rüber ziehe, oder nicht? Oder denkst du, ich war eine Warte ein? Und wir müssen ja in der nächsten Stadt mal anhalten, wir müssen ja in der Werkstatt kommen. In der nächsten Stadt? Hm. Meinst du nicht, wir kommen noch bis, bis Brüssel? Ja, geht auch fast. Ja, komm mal, wenn du... Fand ich schon wieder viel zu schnell unterwegs, ey. Aber, kannst du mal verraten, wie passiert es immer, dass du so schnell wirst? Ja, die ist Gasgehebe. Ja, der ist aber noch nicht abgeregelt. Nee, nicht immer. Sieht ja mein LKW von hinten aus, er sieht ganz kriss aus. Danke. Bitte. Kannst du sehen, wenn ich jetzt kurz links flinke, hast du es gesehen? Ja. Oh, Junge, hör auf. Und jetzt die Quizfrage, wo fällt... auf welche Spur zieht er jetzt? Ja, rechts kannst du ja beziehen, der ist ja Standstreifen. Och. Und du hast gesagt, es geht nicht. Na ja, aber gut, aber... Wir sind ja gleich dann auch da. Du hast nicht angekündigt, dass du rübergezogen bist. Ja, komm, wir... Weiß nicht, wie viel Platz da war. Weil da echt viel Platz ist, war bei mir auch ganz knapp. Ja. Äh, kloppte Leute, Gebert, hast du auch gesehen, so einen grünen LKW, so einen... Also, die hast du denn gesehen? Nee, was war der? Hat der denn gemacht? Boah, unglaublich. Findest du auch solche Leute unglaublich, ne? Was hat der denn gemacht? Der hat sich damit auf der Straße hingestellt, so mit so einem grünen LKW. ACHDU, DER VERDETEN KOMPT EINER! Ehrlich? Das wäre echt wie eine Warnung immer, da habe ich echt Angst. Warte, hat der dich umgefahren? Nee. Ach, du, wie der gefahren ist auf der Spur, der hätte hier was mitgenommen. Verfolgt den mal, mach mal Blinklicht an, tu mal auf Polizei, ne? Hab ich schon gemacht. Hab auch mal im Let's Play gemacht, das hat der mit, äh, mit, mit 90 Grad auf der Seite in der Kurve geendet, ne? Hm. Ach ja, die alten Zeiten, ne? Ich höre die Spur da auf, ja, tuze. Achso, Achtung, der Lastkraftwagen zieht jetzt rüber, übrigens, ne? Ich kann nicht so schnell. Der hat jetzt nicht gegrüßt. Oh, bin ich traurig. Aber wir haben den Auftrag, haben wir den schon angenommen? Ich glaube, noch nicht, ne? Nee. Schade, dass man den noch nicht direkt fest annehmen kann, dass man ihn im Prinzip direkt schon fast bucht. Oh, das ist eine Baustelle. Wie steht bisher gerade? Ich bin gerade genau 90. Oh, jetzt muss ich 70 fahren. Also sollte ich zumindest. Das ist ja echt teilweise witzig beim Bremsvorgang selbst, ne? Da blitzen sie dich teilweise schon. Das ist echt sowas von hinterhältig. Ach ja, gut, aber das Schlimme ist, ich hab' ich immer Angst, wenn du mir sagst, da kommt einer von dir angeratet. Aber weißt du, was ich meine? Das ist ja immer, so wie teilweise fahren, hast du echt Angst, der eben mit 100 ist sehr lange gefahren. Hast du eigentlich nicht an? Ja, aber nur tagesdienst. Also erster Stufe. Abstandlichtan, weil... Ja, die erste Stufe, nur ich hab' das immer nur an, damit die Beleuchtung an ist. Ja, okay. Ich hab' eigentlich auch mal noch, wenn Tag dann standlichtan, weil wir in der Nacht nachtlos gefahren sind, hab' ich halt vergessen, auszupacken. Ja, das... das merkt man teilweise nicht, ne, bei der Helligkeit. Mann, guck mal. Omsi 1988, kennst du den mit so'n siffigen grünen LKW, der fährt hier mit 60 auf der Autobahn, ey. Hallo? So haben sich die anderen gefühlt, als die mich eben überholt haben. Jetzt weiß ich, wie das war. Mann, ey, warte mal. Wir müssen hier... Mann, hallo! Ja, ja, wir müssen abfahren, ey. Wir müssen abfahren, Tim. Seit 20 Jahren steht das Fest, im Logbuch drin. Oh, Mann. Hat alles auch einen Grund, warum du so langsam fährst? Ich hab' Butterfehlfunktion. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Ja, so ist jetzt mal, das ist ja jetzt so, was von Aussie ist, die Parken hier auf der Straße und denke, diesen Parkplatz. Bis denn das jetzt? Gibt's denn das jetzt? Da zieh' ich direkt schon an der Farbe, aber wie ist das? Was macht der denn jetzt hier für eine Scheiße, du? Der hat wohl einen Parkplatz vertauscht. Der ist hier falsch. Oh, meine Gott. Übrigens, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Hmm, ähm, ähm. Gämm, ähm, ähm... Oh, wie ist das für mich? Oh, nein. Oh, nein. Du, ich gehst nicht mehr. Ehm, ähm, ähm, ähm...